hallo leute und willkommen zur ragman task datenbank teil 1 für diese quest schickt uns ragman auf autobankkreuz oder interchange um drei ladungspapiere zu sichern die ersten papier die wir uns anschauen sind im ollie store ist etwas dunkel die aufnahme deswegen blende ich euch ein video mit besseren lichtverhältnissen ein die zweiten papiere befinden sich zwischen idea und koschen ihr könnt die papiere nicht in euren sicherheitscontainer packen das heißt wenn ihr sterbt müsste die quest wiederholen die letzten papiere befinden sich im computer raum des ideas so 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 Nach dem Raid vergesst nicht die Papiere abzugeben, ihr könnt sie auch einzeln abgeben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, über ein kostenloses Abo würde ich mich riesig freuen. Ciao und bis zum nächsten Video.